Ich habe da was gefunden. Und zwar habe ich gefunden, was bei Maltz of Scotland und die haben ein Peated Whisky aus einer Brennerei, die Tober Moray heißt. Wer sich jetzt fragt, was könnte da für eine Brennerei sein? Das finden wir gleich raus. Schön dranbleiben, am Intro geht's los. Willkommen bei Friendly Mr. Z. Ich bin heute wieder auf der Isle of Mull unterwegs, habe für euch ein Peated Tober Moray dabei, oder Tober Moray. Und zwar ist das der Pellach oder Pellach von Maltz of Scotland. Jetzt denken sich viele, warum sagt der eigentlich immer Tober Moray? Das liegt einfach da dran, dass ich, oder was heißt, ich weiß es gar nicht sicher. Aber guckt mal, auf dem Etikett steht nicht Tober Moray drauf, sondern, man muss auch ein bisschen scharf stellen hier, da steht Tober Moray. Okay, ja, das Ding ist neun Jahre alt oder wahrscheinlich neun Jahre alt, vielleicht auch nur acht, 2015 gebrannt, 2024 kam es in die Buddel. Und, ähm, ja, es steht, es ist, also, es wird ein Legic sein. Aber, warum schreibt man Tober Moray da drauf? Vielleicht, wir wissen ja mittlerweile, dass viele Brennereien, wenn die ihre Fässer abgeben, das nicht mehr wollen, dass man da die Brennerei drauf schreibt. Und dann schreibt man vielleicht die Brennerei absichtlich falsch da drauf. Könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall ist das Ding, äh, reines Experten Barrel, 56,1% und dann ist die Fassnummer, für die, die es interessiert, MOS 24009. Gab 250 Flaschen und, ja, wie gesagt, meine Vermutung ist, äh, man hat keine Namensrechte, deswegen steht ja auch Pellach oder Pilach, äh, drauf und, ähm, hat Tober, Tober Moray, äh, oder, oder Tober Moray geschrieben, damit man da halt einfach keine Probleme kriegt. Ist meine Vermutung, ob das so ist oder nicht, das wissen wir nicht. Ich finde es auf jeden Fall super spannend und deswegen habe ich mir das Ding mitgenommen. Ihr wisst ja, auf sowas springe ich immer sofort an. Siehste, hat schon funktioniert. Wenn das ein Druckfehler war, cool, dann war das ein Druckfehler und deswegen habe ich das mitgenommen. Wenn es Absicht war, habe ich es trotzdem mitgenommen, weil ich es halt lustig finde. So. Äh, von Malls of Scotland habe ich, glaube ich, äh, ab und zu schon mal was gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal ein Video davon, von der Abfüllung gemacht habe. Ähm, kann gut sein, ich weiß es echt nicht mehr auswendig. In dem Tasting hatten wir die auf jeden Fall schon mal mit drin, aber jetzt erstmal wichtig, wie das Zeug hier schmeckt. Also, wir halten jetzt erstmal die Nase rein, gucken, was wir im Glas haben, los geht's gelass. Ich habe, ähm, eine schöne Ladung Silage, die wir gerade frisch fertig gemacht haben. Die ist gerade so wirklich auf dem Bauernhof, aufgehäuft. Wir ziehen gerade die Planer drüber und packen die Reifen zum Beschweren da dran. Dann habe ich so ein, ich finde, der ist gar nicht so volles Kanonenrohr rauchig, sondern der hat eher so einen, so einen dezenten Rauch. So was Entspanntes halt, ne? Der hat, der hat schon Rauch, aber es ist eher so, ja, kommst du heute nicht, kommst du morgen, ne? So um den Dreh, würde ich sagen. Er hat einen schönen vanilligen Charakter, könnte aber auch so ein klassischer Isla-Einstiegs-Whisky sein. Ich meine, preislich sind wir ja auch nicht bei, kostet er auch nicht die Welt, ne? Ich glaube, der kostet irgendwie um die 60 Euro. Da kann man echt nicht meckern, ne? Aber der hat schon immer mehr den Bauernhof-Charakter. Es ist wirklich Silage. Ich habe irgendwie so ein Viehstall da, also ihr merkt schon, das ist so das Ding, auf das ich gerade anspringe. Da müssen nicht zwingend Kühe sein, aber da ist auf jeden Fall irgendwas. Der Landwirt hat auf jeden Fall Tiere auf seinem Bauernhof. Und nicht nur die Silage, die da offen steht und vor sich hin dampft. Wenn ich weiß, was Silage ist, ne? Silage ist meistens, wenn Mais gemacht worden ist, dann wird quasi das Zeug, weil der Mais wird dann klein gehäckselt und wird dann quasi aufgeschichtet und dann wird das unter so einer Plane fermentiert. Und das ist dann quasi Tierfutter. Also ich glaube, ich habe es richtig erklärt. Aber grundsätzlich ist das einfach ein schöner, easy Raucher-Whisky. Aus dem Ex-Bourbon-Fast, genau das, was viele haben wollen, da machst du einfach nichts mit falsch, ne? Reines Ex-Bourbon-Barrel und dann rauchiger Whisky rein, funktioniert eigentlich genauso gut wie rauchiger Whisky mit Sherry-Fast, mit Rotwein-Fast, mit irgendwelchen krassen Süßweinen oder so. Geht halt auch immer auf die Rechnung, ne? Na gut, ich probiere mal. Also Kinder, zu euch, ne? Hier ist Lange. Können vom Grundcharakter auch ein Kalila sein. Ich habe so eine Mischung aus leicht verbrannten Popcorn und stark gerösteten Erdnüssen. Und dazu echt so eine richtig schöne, erdige Rauchnote. Der Rauch ist sehr erdig. Es ist, ich sag mal so, diese gerösteten Erdnüsse sind sehr, sehr dunkel geröstet. Das Popcorn, das ist das, was du bei den Mikrowellen-Popcorn hast. Und du hast ja dann, wenn du die zu lange drin lässt, hast du unten immer so eine Schicht, wo das Popcorn drauf war, wo der Mais drauf war. Und da brennen immer so ein paar Dinge an. Und wenn du die mal probiert hast, that is it. Wirklich dieses angebrannte Popcorn mit diesem extrem überrösteten Erdnuss. Oder diesen Erdnüssen. That is die Kombi. Und that geht auf jeden Fall in eine richtig leckere Richtung. Darüber kriege ich so einen richtig schönen Vanille, leichten Schokomoment. Ist schon süffig, muss man sagen. Aber man merkt auch den Alkohol. Ich finde, der schiebt ordentlich. Es hat für mich mehr als so einen krassen Ingwer-Moment hinten raus. Aber insgesamt, finde ich, ist das noch okay. Also könnte schlimmer sein. Ich probiere mal einen Schluck. Okay. Das ist so krass. Also wirklich, der Whisky ist weg. Und wirklich, dann kommen diese krassen, erdigen, geröstete Erdnussnoten. Die kommen superintensiv daher. Das ist echt toll. Macht richtig Spaß. Aber hat auch, wie gesagt, diese Schärfe, die noch ein bisschen mitkommt. Wo du einfach denkst, ah, der ist auch ein bisschen hot noch unterwegs. Aber, also ganz ehrlich, er kriegt jetzt noch so ein bisschen diesen, so ein bisschen Marzipankartoffel-Moment. Den kriege ich wirklich jetzt so hinten raus noch. Aber ansonsten ist wirklich dieses angebrannte Popcorn mit den stark gerösteten Erdnüssen und so einem erdigen Rauch. Boah, wenn du jetzt mal riechst, riecht es so krass nach Vanille. Silage mit Vanille-Creme kommt nach dem Probieren. Aber was ich spannend finde, der hat einfach gar keine Frucht. Also es ist null fruchtig. Es hat Vanille, es hat Mais, es hat Popcorn, es hat irgendwie Silage, es hat Rauch, aber es hat irgendwie gar keine Fruchtnoten. Aber finde ich auch mal spannend. Kann man auch mal haben. Ja, also grundsätzlich gefällt er mir ganz gut. Wer generell im Maltz of Scotland damit noch nichts anfangen kann, ich habe eventuell ein Tasting damit geplant. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, weil, wie gesagt, ich bin mir da noch nicht so ganz schlüssig, ob da alle Bock drauf hätten. Weil ich würde dann auch einfach mal bei Maltz of Scotland anfragen, ob die da vielleicht auch mitmachen wollen. Dann kann man ja direkt aus erster Linie was erfahren. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr Bock auf so ein MOS-Tasting habt, Maltz of Scotland. Und ich sage mal, ich bin hier bei dem Whisky, ich sage mal, vier Daumen hoch. Ich kann mich gerade schwer entscheiden. Ich habe so auf der einen Seite denke ich mir, ja, richtig cooles Ding. Auf der anderen Seite ist der mir ein bisschen zu hot hinten raus. Aber dann ist halt wieder nur Meckern auf hohem Niveau. Also im Endeffekt ist das ein leckeres Ding. Und wer Bock hat auf so einen unabhängig abgefüllten Ledgic quasi oder rauchigen Toba Moray, der kann ja meiner Meinung nach für 60 Euro erstmal nichts falsch machen. Da kann man sicherlich auch noch ein bisschen mit Wasser rumbasteln. Ihr wisst, das ist jetzt nicht so mein Favorite. Aber wenn ihr da Spaß daran habt, könnt ihr das gerne mal machen. Vielleicht schreibt ihr auch mal in die Kommentare, wie der euch dann damit gefallen hat. Gut, also Kinderz, ich würde mich freuen, wenn ich das nächste Mal wieder einschalte, wenn ich hier Whisky für euch verkoste. Schön das nächste Mal gucken, was hier denn so auf dem Kanal passiert. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Friendly MrZ.